Ich bin gegen Nazis. Weil mit welcher Hautfarbe ich auf die Welt gekommen bin oder in welchem Land, das habe ich mir doch nicht selbst ausgesucht. Wie kann mich dafür jemand hassen? Dass wir einander unterscheiden, das haben wir doch gemeinsam. Das ist doch das Normalste von der Welt, oder? Das sollte es zumindest. Wenn es um Fremdenhass und Diskriminierung geht, geht dazwischen. Angst haben ist vielleicht menschlich, aber mutig sein ist es eben auch.